War der Bitcoin ETF eine Enttäuschung? Es ist jetzt der zweite Handelstag vergangen, bei dem der Bitcoin ETF, angeführt durch Größen wie BlackRock, handelbar war. Wir haben den ersten Tag zusammen live beobachtet im Livestream, bei dem der Bitcoin erst auf 49.000 Dollar hochgelaufen ist und dann einen Crash in Höhe von 7% erlitten hatte während des Livestreams. Gleichzeitig ein negatives Premium auf Coinbase, der für die Institution bevorzugten Börse verwiesen hat. Dann ging es erst mal seitwärts. Wir haben die Inflow-Daten bekommen, in Sachen wie viel Liquidität wirklich reingekommen ist und die ist deutlich geringer als die verrückten Schätzungen, die teilweise in Richtung 4 bis 5 Milliarden gingen und entspricht nur einem Zehntel knapp von dem Ganzen oder einem Neuntel mit 600 Millionen. Dann ging jetzt der zweite Handelstag los. Wir haben erneut 6% Kursverlust, noch ein krasseres negatives Premium und Grayscale, die plötzlich anfangen, Tausende an Bitcoins an die Börsen zu schieben, um sie abzustoßen. Ist das jetzt das Buy the Rumor, Sell the News Ereignis? Jetzt geht es noch tiefer. Was passiert jetzt? Wir schauen uns drei unfassbar wichtige Charts, die aktuell viel zu wenig Aufmerksamkeit erhalten an. Einmal das CME Open Interest, was uns in Vergangenheit gezeigt hat, wo wir Höhepunkte potenziell lokal beim Bitcoin als auch übergeordnet gesehen haben. Dann die Heatmap, die uns zeigt, wie viel Liquidität eigentlich sich in den letzten drei Monaten hier unten aufgestaut hat. Und wir werfen auch einen Blick innerhalb des Charts, was aktuell passiert, warum der Kryptomarkt versucht mit Hebel gegen den Spot-Verkaufsdruck durch die ETFs vorzugehen, warum das unglaublich gefährlich ist und wie es meiner Meinung nach weitergeht, wie ich meine Position manage, alles so kompakt wie möglich für euch zusammengefasst in diesem Video. Ich würde sagen, let's do this! Ja, Freunde, die Action scheint ja hier wirklich nicht zu stoppen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich so oft, nicht nur in dem Livestream davor, sondern auch bevor überhaupt die Genehmigung kam, auf die ganzen Fragen geantwortet habe. Wie siehst du das, Hoss? Wo ist das hoch für 2024 in Bitcoin? Wo wird er liegen? Wo wird er 2025 liegen? Und ich habe mich von all diesen Aussagen erstmal distanziert und habe gesagt, Leute, ich möchte abwarten, konditionell basiert schauen, was passiert mit den Flows, weil ich der Meinung bin, wir sind immer noch in einem Makro-Umfeld, was zu einer Rezession tendiert. Wir haben immer noch nicht genug Liquidität und für mich sind die Inflows, also das Geld, was tatsächlich wirklich in den ETF fließt, nachdem er akzeptiert wird und an den Handel geht, das, was entscheidend ist in Sachen Bitcoin-Preisbewegung. Und jetzt haben wir die ersten zwei Tage gesehen, den ersten Tag haben wir zusammen live gehabt und bisher sind wir seit dem Hoch, was wir hier beim Bitcoin gesetzt haben, auf jeden Fall schon mal insgesamt ordentliche 12% runtergerattert. Ob das jetzt die Bestätigung für Buy the Rumor, Sell the News ist, darüber spreche ich jetzt in dem Video. Ich werde auf jeden Fall darauf eingehen, warum ich, und da haben mich auch viele kritisiert im Livestream, bevor die Genehmigung kam, nicht der Handel, sondern die Genehmigung auch schon 75% Profite genommen hatte in meiner Videoposition. Plus wir schauen uns natürlich diese drei Warnsignal-Charts an und versuchen die einmal alle separat, rational, rein nüchtern und logisch zu betrachten. Einmal, wie gesagt, Open Interest, dann die Heatmap und dann auch wieder kurzfristig Open Interest, also was an Hebel aktuell dazukommt. Aber ich würde sagen, fangen wir da an, wo alles losging am ersten Handelstag. Wir haben es ja zusammen im Livestream beobachtet. Der Kurs ging als erstes auf die 49.000 Dollar hoch, aber interessanter als der reine Bitcoin-Kurs war da vor allem der Kurs der einzelnen ETFs. Jetzt sehen wir hier mal zum Beispiel hier in dem Video den Kurs vom BlackRock ETF und wir sehen auch gleichzeitig hier das Orderbuch. Und wir können sehen, beim BlackRock ETF vor dem Handelsstart, das ist hier jeweils diese blau hinterlegte Box, die wir hier erkennen können. Das sind die Pre- und Aftermarket-Zeiten, die quasi außerhalb des Handels mit extrem wenig Volumen passieren. Könnt ihr auch hier unten nochmal sehen, wie hier der Volumenausschlag ist in den Handelszeiten. Da hat sich der Kurs eigentlich nicht wirklich bewegt, seitwärts bewegt, aber dann der Handel ging los und wir haben erstmal einen ordentlichen Pump gesehen, gefolgt von einem sehr, sehr starken Dump. Und interessanterweise war BlackRock, wie er auch heute, ist nicht der volumenstärkste ETF, sondern es war Grayscale. Ihr könnt es hier oben rechts sehen, Volumen 45 Millionen. Das ist nicht 45 Millionen Dollar, sondern 45 Millionen A, den Share-Preis, den sie haben. Und der ist bei 38 auf jeden Fall deutlich über der 1-Milliarde-Grenze und das ist für heute. Und was wir im Livestream live erkennen konnten, während der gesamte Crash, den ihr hier beim Bitcoin seht, passiert ist, ist, dass der Crash vor allem angeführt war, nicht durch intrinsischen Hebel in den Kryptomarkt, sondern durch Abverkäufe von GPTC. Wir haben nämlich im Livestream zusammen den GPTC-Chart einmal über den IBIT, also den BlackRock ETF-Chart gesetzt und haben gesehen, dass der vorzieht und BlackRock und die ganzen anderen ETFs hinterher, und zwar nach unten. Das heißt, dass hier das größte Teil des Volumens, ohne dass wir es in dem Moment sehen konnten, Verkaufsdruck war. Das Problem ist, dass am Ende nicht das Volumen zählt, sondern das Einzige, was zählt, ist, wie viele Assets am Ende des Tages in den ETF geflossen sind und sich dort jetzt befinden. Das heißt, unterm Strich, wie viele Leute haben gekauft. Diese Daten hatten wir zum Zeitpunkt des Streams nicht, aber dadurch, dass wir das Ganze schon beobachten konnten, dass GBTC vorzieht, habe ich in dem Stream schon mehrfach gesagt und erwähnt, GBTC hatte ein negatives Premium von teilweise 50%. Das wird vor allem von Marktteilnehmern kommen, die eben zu dem negativen Premium eingekauft haben und jetzt einfach nur die Differenz in Profit rausholen wollen und vielleicht gar keine Market Exposure haben wollen, denn das ging vorher auch nicht. Interessanterweise eine Sache, bevor wir jetzt gleich zu dem Fazit des ersten Handelstages in Sachen Volumen und Flows kommen, also wie viel Geld wirklich stecken geblieben ist, ist, dass auch zum gleichen Zeitpunkt eine Nachricht rausgekommen ist und zwar, dass Vanguard, der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, ihren Kunden nicht erlauben wird, Bitcoin Spot ETFs zu kaufen. Vanguard mit 7,2 Billionen Dollar in Assets, damit Platz 2 und hinter BlackRock hat ihren Kunden nicht ermöglicht, den Bitcoin Spot ETF zu kaufen. Die Kunden sind auf Fehlermeldungen gestoßen, konnten das Produkt gar nicht finden und Vanguard hat selber eine Stellungsnahme zu dem Ganzen abgegeben und behauptet, es passt nicht zu ihrer Investmentphilosophie. Sie finden das Asset zu volatil und freunden sich nicht mit der Asset-Klasse Krypto an. Das war dann natürlich erstmal ein harter Schlag ins Gesicht. Dann weitere Banken, die hier einfach ihren Kunden, beispielsweise hier JP Morgan, Warnsignale gezeigt haben. Es gab auch Banken, die es ihren Kunden gar nicht erst erlaubt haben, obwohl es ein von der SEC akzeptiertes, damit reguliertes und genehmigtes Finanzprodukt ist, kamen dann teilweise hier Warnungen wie, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest aufgrund der hohen Volatilität? Interessant und die Doppelmoral hier ist, JP Morgan zum einen, wo jetzt hier diese Warnung von ist, ist ja einer der autorisierten Teilnehmer von einem der ETFs. Das heißt, sie übernehmen den Teil, der in Sachen Bitcoin und Cash Transfer auf der Cash-Seite steht, sind also direkt involviert bei einem der größten ETFs und Vanguard, ironischerweise, ist einer der zehn größten Anteilsnehmer von MicroStrategy und nicht nur irgendeiner, sondern der zweitgrößte mit 9% und MicroStrategy, wie wir bekanntlich wissen, ist einfach nur ein Proxy zu Bitcoin, eine Firma, die all ihr Kapital nutzt, um einfach nur Bitcoins zu kaufen, neue Schulden aufnimmt und Bitcoins zu kaufen, also ein gehebelter, quasi Bitcoin-Exposure-Ersatz, den erlauben sie aber, das Asset an sich, über BlackRock dann nicht. Unabhängig von der Nachricht, war aber der erste Tag auf jeden Fall ein rekordträchtiger Tag, denn wir haben insgesamt mit allen ETFs 4,6 Milliarden Volumen gehabt, beim Gold-ETF waren es nur 1,63 Milliarden in 2004, natürlich auch Inflation muss man hier berücksichtigen und ich meine, es war auch nur ein einzelner ETF, der damals gelauncht ist, nichtsdestotrotz, ihr seht, das größte Volumen kam mit 2 Milliarden von Grayscale, danach von BlackRock. Dementsprechend war es eben auch unglaublich interessant herauszufinden, was ist jetzt passiert, wie viel von dem Volumen ist da wirklich an Kapital dazugekommen in die ETFs und wie viele Bitcoins werden da jetzt gekauft. Und das war dann leider eine kleine Enttäuschung und ich habe diesen Tweet hier verfasst, bevor wir beim Kurs hier runtergefallen sind, wenn wir hier einfach mal kurz auf den Timestamp gucken, ihr seht, 14 Uhr zu meiner Zeit, das ist hier in diesem Chart ungefähr zu diesem Zeitpunkt, zu dem ich quasi dazu aufgerufen habe oder eher gesagt, kommuniziert habe, dass ich Gewinn aus meinen Positionen realisiert habe, denn da sind die ersten AUM, also Assets Under Management Zahlen, das heißt, die Zahlen, wie viel Geld wirklich am Ende in den ETFs stecken geblieben ist, rausgekommen und die sahen bisher zu dem Zeitpunkt bereits nicht wirklich vielversprechend aus. Hier ein Screenshot aus einem Bloomberg Terminal, da stand bei BlackRock 122 Millionen, das heißt, mit den 10 Millionen, die da bereits schon waren, nur knapp 110 Millionen an neuem Zufluss beim Bitcoin Spot ETF von BlackRock, also nix mit Milliarden, sondern nur 100 Millionen von dieser gesamten Milliarde an Volumen, das habe ich persönlich gesehen, inklusive eben am Vortag, haben wir zusammen im Livestream gesehen, wie das Ganze runtergerattert ist, wie es hauptsächlich durch Grayscale kam und weil bei mir dann einfach die Sorge bestand vor dem Grayscale Problem, was ich jetzt auch hier mal an dieser Stelle einmal erklären kann natürlich, weil ich glaube, die meisten haben es tatsächlich immer noch nicht verstanden, worum es dabei geht, obwohl wir da oft darüber gesprochen haben, Grayscale hat insgesamt knapp 620.000 Bitcoins, das heißt, knapp 30 Milliarden Dollar an Bitcoins. Diese wurden von einem Trust, bei dem sie vorher nicht verkaufbar waren, jetzt ein ETF umgewandelt, wo sie doch jetzt mit Liquidität verkaufbar sind und die Personen, die diesen Trust eingekauft haben, haben ihn teilweise zu einem Premium von, wie ihr hier erkennen könnt, fast 50%, 48% unter dem Spot Bitcoin Preis eingekauft. Das heißt, vieles an Kapital hier bei diesem Grayscale Trust ist eigentlich nur reingekommen, um diesen Arbitrage-Betrag rauszuholen, falls das Ganze in den ETF-Handelsstart geht und dort das Volumen zu nutzen, dadurch, dass der Premium, wie ihr sehen könnt, sich auch wieder ausgeglichen hat. Da ging es gar nicht um den Bitcoin Preis, sondern einfach nur die Arbitrage bei diesem Asset. Ein anderes Problem ist, in Anführungsstrichen, dass Grayscale die höchsten Gebühren nimmt bei allen ETF-Anbietern. Grayscale nimmt 1,5% Gebühren, während BlackRock und alle anderen in den ersten Monaten 0% nehmen. BlackRock 0,12%, also ein vielfaches mehr. Auch viele Verkäufe deshalb dazugekommen, was dann, wenn man einen Blick auf die jetzt wirklich final bestätigten Daten schaut, sehr, sehr stark ernüchternd ist, wenn man in Anbetracht hält, dass Grayscale so hohe Gebühren hat, dass es vermutlich bedeutet, dass die meisten Halter davon das Ganze verkaufen werden, selbst wenn sie an Bitcoin interessiert sind, um andere ETFs zu kaufen. Wenn wir da jetzt aber einfach mal einen Blick reinwerfen, dann seht ihr hier, erster Tag, der Flow, 237 Millionen über Bitwise, mehr als BlackRock. BlackRock bestätigt nur 111 Millionen für den größten Vermögensverwalter der Welt. Fidelity, 227 Millionen auf der Platz 2, Grayscale, in Anführungsstrichen, nur 95 Millionen negativ. Fanec nur 10 Millionen, Franklin 50, ARK 65 und Invesco 17 und die anderen haben zu diesem Update noch kaum was gehabt. In einem späteren Update sehen wir dann, dass hier trotzdem nicht wirklich viel dazugekommen ist. 1 Million hier, 10 Millionen bei Fanec, 17 Millionen bei Invesco insgesamt, also 655 Millionen Inflows. Hier nochmal ein Chart von dem Unterschied zum Bitcoin-Preis und dem GPTC-Preis in Sachen Premium. Ihr seht, wie stark und wie lange die Differenz so stark war und das jetzt eben bei dem Gesamtvolumen, was hier besteht. Da steht dann die Frage, wie viele von diesen Investoren werden wieder rausgehen. Natürlich, das muss man hier auch beachten, auch der Grayscale Bitcoin ETF kann ja nicht in Bitcoins ausgezahlt werden. Natürlich sind hier viel mehr Market Maker am Start, aber auch hier kann es wieder dazu kommen, dass wieder ein Premium nach unten in den Negativbereich geht, wenn einfach zu viel Verkaufsdruck plötzlich dazu kommt. Außerdem könnte man auch sagen, hier ist sehr, sehr viel von dem negativen Premium ja bisher wieder aufgekauft worden, vielleicht von Leuten, die daran interessiert sind, Bitcoin langfristig zu halten, aber angesichts der Tatsache, dass der Bitcoin erst kürzlich so eine positive Preisentwicklung hatte, ihr müsst euch jetzt einfach mal vor Augen halten, als der Bitcoin bei knapp hier 16.000 Dollar war, war er bei Grayscale im Kostenvergleich unter 9.000 Dollar. Diese Investoren haben dann nicht nur hier diese Preisdifferenz mitgenommen, sondern eben auch den gesamten Kursanstieg hier bis auf kürzlich erst die 49.000 Dollar. Das heißt, es ist zusammenfassend irgendwo nachvollziehbar bei GBTC, dass hier eben Profit-Taking passiert. Die Frage ist halt nur, in welchem Ausmaß das weitergeht. Und wenn wir jetzt einen Blick in den zweiten Handelstag werfen und wie wir jetzt schon kurstechnisch gesehen haben, ging das Ganze weiter und schlimmer, zumindest in Sachen Premium zu Coinbase. Was wir nämlich hier unten sehen beim Chart, der da drunter gelegt ist, ist einmal hier oben den Bitcoin-Kurs und dann einmal das Verhältnis von Binance Premium zu Coinbase Premium. Wir wissen ja, dass die favorisierte Börse von den Institutionen in Amerika aufgrund der Regulation Coinbase ist und was wir erkennen können, ist, dass genau bei den Dumps vom ETF oder angeführt durch den ETF in den Handelszeiten, wir sehen auch genau, das passiert in den Handelsphasen, in den ersten Stunden der Handelsphasen vom ETF in den New York Sessions, dass hier das Premium unglaublich negativ wird, das heißt, hier werden viele Coins auf einmal abgestoßt, was eben zu dem Kursverfall beim Bitcoin führt. In diesem Fall ist dann dieses Coinbase Premium das negativ einfach nur ein weiteres Anzeichen, dass es aus dem ETF-Bereich kommt und wie ich euch ja jetzt schon gezeigt habe, der zweite Tag hier, das war die erste Nachhandelsstunde, ging auch bei den ETFs weiter runter mit auch wieder unglaublich viel Volumen. Bei Grayscale sind diese 46,9 Millionen, wenn ich das korrekt ausgerechnet habe, knapp fast wieder zwei Milliarden und wenn wir uns den Kurs anschauen, größtenteils wahrscheinlich auch wieder Outflows. Das Interessante ist jetzt eben, dass wir das auch auf der Blockchain nachvollziehen können. Grayscale hat jetzt nämlich angefangen, heute schon wahrscheinlich für den Vortag Tausende an Bitcoins rauszuschicken. Ihr seht es hier, vier Transaktionen, jeweils 1000 Bitcoin, insgesamt knapp 200 Millionen Dollar an Spot-Verkaufsdruck, der hier rausging an Börsen wie beispielsweise Coinbase Prime und andere Market Maker, die es dann am Markt abstoßen. Jetzt ist eben die Frage, wird es noch schlimmer? Nach dem zweiten Handelstag, den wir jetzt hier haben, gibt es ein paar Warnsignale, meiner Meinung nach, die wir hier ganz klar beobachten sollten, sollten die Flows weiterhin schlecht bleiben. Jetzt haben wir ja erst mal Wochenende, das Video kommt am Freitag, das heißt, da wird kein Flow passieren, weil die Märkte geschlossen sind in Sachen ETFs, das heißt, auch nicht abverkauft werden können und wie ich sagen würde, der Bitcoin schon eine sehr, sehr starke Kursreaktion hatte, sprich, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt über das Wochenende uns entweder seitwärts bewegen oder leicht nach oben, vielleicht nochmal in diesen 45.000 Dollar Bereich nach oben aufsteigen werden, aber die Frage ist, kann das Ganze noch schlimmer werden und in welchem Ausmaß kann das Ganze noch schlimmer werden. Erstmal, um die Frage vorab beantworten zu können, es kann noch gewaltig schlimmer werden, denn eine Sache, die wir hier ganz klar beobachten können, die vor allem heute passiert ist, als der Bitcoin von 45.000 auf 43.000 runtergecrashed ist, ist, dass während dieser Crash passiert ist, wie wir gerade schon gesehen haben, allen voran angeführt, durch die ETFs, die hier abgestoßen haben, ist bei uns im Markt das Open Interest, also die Menge an Positionen im Futures Markt, ordentlich gestiegen. Wenn wir das hier einmal schnell bemessen, dann seht ihr knapp 9,36%, 700 Millionen und gleichzeitig könnt ihr hier unten erkennen, positives Funding, positives Premium, was darauf deutet, dass das mehr Long Positionen sind, als Short Positionen, das heißt mit Hebel, hier rein in den Spot Verkaufsdruck, dieser Hebel kann natürlich direkt wieder rausgespült werden, was den Kurs dann auch nochmal wieder runter bewegen könnte. Gleichzeitig habe ich ja auf diesen Chart hier hingedeutet und zwar können wir hier in diesem Chart das Open Interest von der CME, der Chicago Mercantile Exchange erkennen und darüber gelegt in orange den Bitcoin Preis und was wir erkennen können, dass jedes Mal bei den Peaks bei der CME der Bitcoin Preis auch ungefähr seinen Top hatte. Manchmal früher, wie ihr hier sehen könnt, war die CME, ist die früher gepiekt, eher der im Bitcoin Kurs gepiekt ist, manchmal ein bisschen später, wie jetzt hier im Juni zuletzt. Das Interessante ist, wenn wir uns das jetzt eben anschauen und ihr könnt euch ja noch in Vergangenheit erinnern, vor ein paar Wochen haben wir ja bereits einen neuen Höchststand erreicht vor das vorige alte So. Und da haben wir uns auch schon diesen Chart angeschaut und da habe ich damals schon gesagt, das kann ein negatives Signal sein, es hängt aber von den ETF-Flows ab und was am Ende wirklich an Kapital dazukommt. Wir sind dann dementsprechend auch nochmal ein bisschen höher gestiegen, aber aktuell, mit den aktuellen Flows ist das wohl eher ein sehr, sehr negatives Kennzeichen und das habe ich euch ja auch dauerhaft in meinen Livestreams die ganze Zeit gesagt und euch darauf aufmerksam gemacht. Wenn wir hier einmal reinschauen, in unser Dashboard sehen wir, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, seit Oktober von knapp 2 Milliarden Open Interest auf der CME alleine auf 6 Milliarden. Wir wissen nicht, wie viel von diesem Kapital spekulatives Kapital ist und wie viel davon sich abbauen wird, aber die Geschichte zeigt uns, man sollte hier besser vorsichtig sein, dass zumindest, wenn wir uns die letzten drei Male anschauen, eine etwas größere Korrektur passieren kann. Und der letzte Chart von den drei Charts, die ich euch ja am Anfang angekündigt hatte, bei denen man vorsichtig sein soll, ist ganz klar zu verstehen, das ist jetzt auf die letzten drei Monate hinweg, dass sehr, sehr viel Long Hebel auch über diese Rallye, wenn nicht spät, dazugekommen ist, als wir immer näher an die Genehmigung rangekommen sind. Und wir haben jetzt zwar erstmal immer wieder uns nach oben bewegt und die Shorts liquidiert, aber ihr seht, was für ein ordentliches Cluster an Liquidität hier im 36k-Bereich liegt, bezogen auf die letzten drei Monate. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir auf 36k runterfallen, aber es liegt auf jeden Fall im Interesse der Market Maker, diesen Bereich zu erreichen, weil dort eben sehr, sehr viel Liquidität freigesetzt wird. Natürlich kann da mit sehr, sehr viel Kaufdruck potenziell und hoffentlich durch die ETFs entgegengewirkt werden, aber nach oben hin scheint es nicht so, als würden aktuell sehr, sehr viele Personen in dieses Event und Ereignis bisher shorten. Das heißt, liquiditätstechnisch liegt das Incentive wahrscheinlich eher bei den 40k zumindest, wenn man auf die kleineren Timeframes reinschaut. Und genau mit Blick auf diese Gründe habe ich mich dazu entschieden, hier eben nicht nur bei der Videoposition, sondern auch bei meinen privaten Positionen, die ich ja schon seit 28.000 Dollar beim Bitcoin halte, Profite mitzunehmen. Mir ist das Risiko persönlich zu hoch. Ich kann nicht einschätzen, wie viel von dem Kapital hier bei CME, die ja immer noch Nummer 1 in Sachen Open Interest in den gesamten Kryptomarkt sind, spekulatives Kapital ist, das noch abfließen wird und auch kurzfristig, nachdem ich gesehen habe, dass die Flows in Anführungsstrichen enttäuschend sind, gestern im Livestream gesehen habe, dass GBTC dauerhaft den ETF-Preis runterpusht und auch in den kurzfristigeren Liquidity-Heatmaps, hier beispielsweise vom 7-Tages-Chart, den posten wir übrigens jeden Tag kostenlos auf dem Alpha-Dojo-Account. Das Alpha-Dojo wird auch bald in diesem Monat hoffentlich launchen. Übrigens an dieser Stelle würde ich mich einmal kurz über ein Like freuen, kostenlos einfach für den Support, für den Content, den ich euch versuche, mit maximalem Mehrwert hier zu liefern. Jedenfalls auch da war sichtbar, wir haben hier diesen gelben Bereich rausgeholt und dann sehr, sehr viele neue Long-Positionen hier unten aufgebaut. Das Gleiche lässt sich erkennen, wenn ich jetzt hier einmal in Realtime den 7-Tages-Chart bei uns rendere und wenn wir hier einmal ranzoomen, dann können wir ganz klar erkennen, hier unten ist ein Cluster in Liquidität dazugekommen, im 42K-Bereich. Das ist der Hebel, der hier unten dazugekommen ist und auf den ich euch ja hier auch aufmerksam gemacht habe, der mit Vorsicht zu betrachten ist. Ich habe aber auch gleichzeitig und das will ich auch einmal hier ganz kurz zu meiner persönlichen Position dazugeben, eine Ethereum-Long-Position aufgemacht beziehungsweise den Anfang gestartet, erstmal ohne Hebel, kann ich euch hier auch noch einmal in Realtime zeigen. Die Position ist jetzt gerade leicht im Minus, aber ich will mich da sowieso rein averagen, einfach rein spekulativ darauf basierend, dass der Ethereum-ETF ja als nächstes im Mai kommt, habe ich auch schon vorher gekauft, das ist jetzt nur die Videoposition, habe ich euch ja auch schon gezeigt, auf meinem Main-Account habe ich sogar lustigerweise das Bottom gecatcht, einfach nur, indem ich auf die Genehmigung von den ETF, obwohl es die Fake-Genehmigung war, direkt von Bitcoin in Ethereum teilweise umgewandelt bin. Meine Bitcoin-Position, den Rest lasse ich noch offen, ich habe jetzt genug Profite hier bei der Videoposition auch mitgenommen, da habe ich ja schon 75% in den Livestreams reduziert, bei meinen privaten Positionen habe ich auch Profite mitgenommen, lasse den Rest offen. Für mich ist das nämlich noch keine gebongte Sache, das will ich hier ganz klar nochmal sagen, es kann sich auf jeden Fall noch alles wenden und drehen, das zeigt uns dann aber erst die nächste Woche. Ich glaube, dass wir in diesem Wochenende, wenn wir noch Glück haben und ein bisschen Kaufdruck durch den Kryptomarkt bekommen, über das Weekly Open kommen sollten, das heißt die 43.900 Dollar hin, hier nochmal eine Aufwärtsbewegung in Richtung 44.000 Dollar sehen sollten. Falls wir sehr, sehr viel Momentum kriegen sollten, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir die 45k nochmal berühren könnten übers Wochenende, aber vermutlich hier abgelehnt werden und dann wird es entscheidend zu sehen, was passiert, vor allem beim Handelsstart auf den Montag, wenn dort wieder die ETFs massiv abverkaufen, allen voran GBTC, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass der Bitcoin sich erstmal in Richtung Daily Support und unfassbar wichtigen Support von 40.000 Dollar bewegt. Ich kann mir aber auch tatsächlich vorstellen, falls wir hier keine Unterstützung sehen sollten und hier einfach runterrattern, also wenn wir quasi hier nicht mal seitwärts lange konsolidieren, dass wir direkt runter auf die 37.000 Dollar gehen, unser Monthly Open und wie ihr auch sehen könnt, im Volumenchart hier ein Cluster, was unglaublich viel Volumen gehandelt hat. Das sind für mich aber die wichtigsten Indikatoren in Sachen Marktstruktur und Momentum. Denn wenn wir uns das Ganze einmal hier anschauen, ihr seht hier in blau leicht hinterlegt einen gleitenden Durchschnitt, der ist für unseren kurzfristigen Trend, wenn ich einmal rauszoome, könnt ihr erkennen, bei unserem Aufwärtstrend haben wir den zwar mehrfach berührt, hatten auch mehrfach Wicks da drunter, aber wir sind nicht langfristig drunter geblieben. Das sollte mindestens zwei Wochen lang halten. Wenn das nicht hält und in der nächsten Woche hier runter bestätigt, dann sollte der 40.000er Bereich halten und worst case, sollten wir hier irgendwo zwischen 37.000 und 36.000 unser hoffentlich Sell the News Bottom sehen. Das wäre das Sell the News Ereignis, 25%. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass trotzdem der Bitcoin sich erstmal seitwärts in der Range und dann gegebenenfalls beim nächsten Katalysator nach oben bewegt. Falls wir aber hier runterstoßen sollten, das ist jetzt langfristig, das glaube ich nicht, dass das jetzt kurzfristig passiert. Ich glaube und kann mir auch vorstellen, dass der Bitcoin kurzfristig auch erstmal hier in diese Bereiche nochmal nach oben geht, ehe so eine Bewegung, wie ich sie hier gerade reinzeichne, passieren wird. Aber das ist für mich der Make-or-Break-Bereich in Sachen Bullen- und Bärenmarkt. Man kann ihn sich theoretisch, wenn man sehr voreilig sein möchte, bereits hier ziehen. Für mich ist er aber hier in diesem unteren Bereich zwischen 36.000 und 37.000 und hier. Und hier, wenn wir diesen Bereich nicht halten sollten, dann glaube ich, kann es nochmal deutlich, deutlich tiefer mit können gehen. Da gehe ich aber aktuell noch nicht davon aus. Ich glaube, das wäre im Ausmaß bereits schon voll ausreichend in Sachen Sell the News Ereignis. Ich könnte mir natürlich vorstellen, weil wenn wir uns das, wie wir gerade schon auf dem Meetmap reingeschaut haben, auf die letzten drei Monate einmal anschauen, dann seht ihr, dass hier unten in dem vor allem 33k-Bereich sehr, sehr viel Liquidität liegt. Das heißt, selbst im Worst-Case-Szenario könnte ich mir eine Wick hier runter vorstellen und dann eben, dass der Markt sich hier wieder fängt, seitwärts bewegt, innerhalb einer Range, die wir hier wahrscheinlich irgendwo zwischen dem 36 und 42k-Bereich formen und dann zum nächsten Ausbruch aufsetzt. Das wäre das bullische, positive Szenario einer größeren Sell the News-Korrektur. Damit wäre das Sell the News-Ereignis komplett bestätigt, aber selbst wenn wir in diesen 36k-Bereich fallen, ist auch das Sell the News-Ereignis mit 25% meiner Meinung nach bestätigt. Es kann aber natürlich deutlich, deutlich schlechter werden, vor allem, wenn wir mal einen Blick auf die globale Liquidität werfen. Ihr kennt ja diesen Chart schon, den habe ich euch gezeigt, um euch einfach nur deutlich zu machen, wie relevant die globale Liquidität ist und diese Markierung hier ist nicht das Bitcoin-Halving, sondern jedes Mal, wenn die globale Liquidität ein mittelfristiges Peak erreicht hat und wir sehen können, hat sich der Bitcoin langfristig hier über die Jahre hinweg, wo die globale Liquidität am Steigen war, überdurchschnittlich nach oben bewegt. Jetzt können wir aktuell kurzfristig sehen, dass die globale Liquidität am Abfallen ist. Viele gehen davon aus, dass sich das Ganze jetzt gewendet hat, dass hier das Bottom war für die globale Liquidität. Aber wenn wir einmal einen Blick auf diesen Chart werfen, den ich auch heute das erste Mal gesehen und gepostet habe, dann sehen wir, dass sogar neben der globalen Liquidität noch ein weiterer Index deutlich, deutlich größer und stärker mit dem Bitcoin korreliert und zwar ist das der chinesische Liquiditätsindex. Ihr seht, hier unten ist wieder der globale Liquiditätsindex. Der hat schon sehr, sehr gut gepasst. Da war das Peak einfach ein bisschen später immer. Der Bitcoin ist vorher bereits schon gepiekt. Das umfasst alle Länder, alle Nationen. Wenn wir diesen Chart hier anschauen, der chinesische Liquiditätsindex, wo ich euch gleich erzählen werde, woraus der auch besteht, dann seht ihr, der passt hier wirklich fast wie die Faust aufs Auge auf den Monat, teilweise genau aufs Peak, noch akkurater als die traditionellen Märkte. Jetzt muss man aber, um diesen Chart fairerweise zu kritisieren, auch sagen, dass der Bitcoin in den letzten zumindest drei Monaten sich von diesem Chart getrennt hat und eher mit den traditionellen Märkten korreliert ist, wobei ich sogar sagen würde, in den letzten paar Jahren ist die Korrelation schon relativ hoch gewesen, zwischenzeitlich, zwischenzeitlich auch nicht wieder. Das kann am ETF-Ereignis liegen, es kann an einer Korrelation mit den traditionellen Märkten liegen. Die globale Liquidität ist ja auch leicht hochgetickt und mit dem ETF-Ereignis kann ich mir gut vorstellen, das hier vor allem, das haben wir auch beobachtet, über die CME-Börse, wie wir hier sehen können, drei Millionen an Kapital dazugekommen, dass das Interesse aus dem westlichen Raum gekommen ist, weshalb das hier vorerst nicht zueinander gepasst hat. Das Interessante bei der chinesischen Liquidität ist, dass der Korb, aus dem sich dieser Index, den ich dort zusammengestellt habe, zusammensetzt, auch zusätzlich aus der US-Geldmenge und dem Dollar-Index absetzt. Das Ganze wird nämlich in Verhältnis gesetzt. Ihr könnt das Ganze sehen, einmal der CN10Y, das ist der 10-jährige chinesische Staatsleihen-Rendite-Index, dann China Loans to Banks, misst das Volumen der Kredite, die chinesische Banken vergeben haben. Das erste hier ist dafür da, um die wirtschaftliche Gesundheit und staatliche Kreditwürdigkeit zu messen. Der zweite Indikator für die Kreditverfügbarkeit und Liquidität im chinesischen Finanzsystem. Also hier, die beiden chinesischen Indikatoren können wir einmal hier sehen. CN10Y mal CNLB mal, und jetzt wird es interessant, M2-Geldmenge gibt uns nochmal Einblick über die US-Wirtschaft und eben auch globale Finanzstabilität, geteilt am Ende durch die US-Dollar-Stärke, durch den US-Dollar-Index. So kommt dieser Chart zustande, ist auch nicht meine Quelle. Ich habe die Quelle, wo ich den gefunden habe, auch auf diesem Post hier unten verlinkt. Rick us Trades, aber super interessant zu sehen in Sachen Liquidität, wie sehr und eng das korreliert. Jetzt ist die große Frage, wenn die ETF-Flows ein Flop sein sollten und die amerikanischen Spekulanten, die auf und in Sachen ETF dazugekommen sind, nicht dazukommen sollten, langfristig, wie wir schon gesehen haben, beispielsweise, wenn wir das Ganze für Kunden blockiert, dann wäre es wahrscheinlich deutlich wichtiger, für langfristige Kursentwicklung über das Jahr hinweg, diesen Chart hier zu beobachten und wieder zurück zur FED zu gehen in Sachen FOMC, was passiert, wann lockern sie wirklich, wann nehmen sie die Zinsen wirklich runter und passiert jetzt eine Rezession oder nicht als Bitcoin intrinsisch. Aber da reden wir über Musik, die aktuell noch Zukunft für uns ist. Jetzt wird es erst mal interessant abzusehen, was hier kurzfristig passiert. Ich glaube, kurzfristig wird sich auf jeden Fall dieser Hebel auch noch liquidieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir am Wochenende vielleicht eine kleinere Gegenbewegung haben, aber es kann auch sein, dass die Puste komplett aus dem Markt ist, Krypto intrinsisch und wir auf den Montag warten müssen für ETF-Genehmigung. Was auch immer passiert, ich werde euch auf Twitter auf dem Laufenden halten. Ich werde am Sonntag für ungefähr vier Tage verreisen. Ich werde trotzdem, falls ein Notfall passieren sollte, mein Travel Equipment für euch mitnehmen, aber nur damit ihr Bescheid wisst, warum vielleicht die nächste Woche am Anfang der Woche ein bisschen weniger aktiv sein wird als die vorherige Woche, weil ich einfach nicht im Office sein werde. Das war es von dem Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne über den Link in der Videobeschreibung euch bei BitGuard anmelden. Das ist die Börse, die ich jeden Tag benutze, wo ich sehr zufrieden mit bin und von überzeugt bin. Plus ihr kriegt Zugang zum Alpha-Dojo, was diesen Monat launchen wird, wo wir gemeinsame Chaträume haben werden, inklusive Daily Research Paper für jeden, um auf dem Edge vom Markt zu sein und möglichst viel Alpha zu haben, um bessere Entscheidungen zu treffen und sich gemeinsam auszutauschen. Das war es von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.